Hallo, na? Geht's euch gut? Wer will ich in die Schule? Aha, erwischt. Die Schule sollte eigentlich geschlossen werden. In der Schule ist ein Monster, das noch frei rumläuft. Alter, irgendwann kackt noch der Rechner mit ab. Die kackt hast, Alter. Das ist auch bei mir. Ich ruke jedes Mal, wenn ich da reingehe. Das ist bei mir auch, dass ich das habe. Wir müssen sie echt überarbeiten. Du siehst dann manchmal noch die Person davor und dann... Hallo? Gehst du? Die Tast leckt so, ne? Hm. Ich taste sie auch so sehr. Opa. Du hast Zeit gerade vor dem Wanko gegessen. Ja, ich dachte, da wäre nur Mango. Ome 77. Der wöhnt sich durch jetzt. Der ist gefährlich. Lauf, Dragon, lauf! Schnell, frech, halt. Voll jüngst, ja. Du hast schon längst tot. Okay, das war jetzt das. Ja, ich weiß nicht, warum du auch so schnell bist. Und du hast mich besser eingeholt als das andere. Mango lebt noch irgendwie, wie ich den Hauch esse. Ich habe Angst, dass er kippt. Joa. So. Ein bisschen Menschen gegessen. Nein, gar nicht. Langsam muss ich reinhauen, tut mir leid. Fring hat alle unter seinen Umhang verstückt. Ja. Ach, so rum. Da, da, da. Fring mal...